Sitten on the sidelines, you follow all the guidelines, you wait your turn, follow and dive like I got nine laws My strength is like what life is like, a battle just like mine, start us safe, I blow the sidelines, but you still watch my blind side Dann lass ich mir beides drin Okay, Stons nehm ich jetzt auch noch mal ein bisschen, weißt du solange wie das da kochen muss, dann kann ich natürlich das andere schon mal alles fahren Jaja, mach ich auch bei mir grad Aber jetzt warte ich erstmal, weil ohne Witz der rote, also rote Wölfe, Leute, in diesem Fall, ich glaub das sind die haltesten, die ich so bisher gesehen hab mal einen roten Wölfe Ich weiß, Schüsse Ja, trotzdem, hinten läuft ein dicker Bär Die Bären sind übelst lahm zum Glück, aber die sind eigentlich relativ easy, wenn ich ehrlich sein soll Ich hab auch Leder gekriegt Ja, ach jetzt weiß ich, wo ich wieder bin Aber ich hab jetzt, boah, ich hab so viel Holz, ne? Ich hab nicht mal so viel Holz, Alter, ich hab 244 hab ich Boah, ich hab, ich hab, ich hab 14 Ja, hier sind halt so richtig viele von den Kleinen, weißt du, okay, ich digg mal, digg mal Boah, ein Hirsch ist da auch noch, boah, da kann ich theoretisch ein bisschen food ab Rennt jemand von euch auf einer riesen offenen Fläche rum? Ne, ich bin ich, 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 ich bin auf einer Wiese Ja Mit ein paar Tieren Kann sein, steht da ein riesiges Gebäude Ja Am Ende Bei mir steht echt ein Gebäude, ein Holzgebäude mit so Stangen oben drauf Ja Ja Warte Ich schieß grad auf Tieren, auf Tiere Ich hab mal Huhn gehört Konnte das unser Erfolgserlebnis werden? Ja, das wär richtig geil All das und mehr seht ihr nach dem Cut Okay, ich werd dann mit dem Cut noch warten, ich merk das ja, wenn die zwei im Center gehen So, Huhn, sieht man die schnell? Rennen die weg? Ja Ja Ja, super Nun, muss ich denn wissen, wie ein Huhn aussieht Übelst klein, man musste übelst nur runtergucken Ernsthaft? Ist hinter dir ein Wald? Ja Großer Wald? Ja Und da, wo du standest, waren Felsen, so kleine? Ja Bist du das? Ja, da bin ich, ja, 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 wir haben uns gefunden, korrekt Jei Geil Ich mach grad hier, ich lege grad die Tiere hier Und da hinten müsste noch ein Lagerfeuer sein Jawoll Haha Also ich hab grad, da sind noch mal 20 vielleicht drinnen oder so Hast du wieder einen roten Bär erlebt, Alter Brauchst du eventuell irgendwas? Boah, ich könnte jetzt richtig schön Ey, wo ist die Püssel denn? Ich hab, ich hab'n Blueprint, ich hab'n Blueprint Ähm, willst du Close haben, damit du Rüstung hast? Äh, ich hab mich doch an Full? Ja Okay, läuft bei dir Ähm, oh, Bär, 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 Bär Lass mich, lass mich, lass mich Ja, der rennt ja auf dich zu Ja, Moment Ja, genau, treff mich halt Ist der dauernd? Ja Wenn ich blute, muss ich ne Bandage nehmen, ne? Alles klar Na, die gehen ja schnell Wieso, wieso finden wir uns immer, wollen die Pär? Ja, gell, ohne Witz So, wo sie dieses Hurenhuhn, was mir tierisch auf die Eier geht Jetzt mal ganz ohne Spaß Habe ich jetzt die Pfeile bekommen? Okay, die Pfeile hab' ich bekommen, aber ich hab' so viele Pfeile, ne? Ich hab' noch 30 Stück Ich hab' Moment Ja, ich muss mal wieder welche machen, Alter Ich schieß' nämlich grad' nur die Tiere mit Pfeilen ab Ich hab' 60 67 Hast du irgendwo nen Ofen gebracht? Ja, ja, ich hatte da vorne nen Feuer Ach, hier ist das Huhn Wo? Ja Dieses Mistvieh Er ist tot So, ich möchte das sehen Ah, was ein Scheißding, ey Geh' mir voll auf die Eier, ey Das krasse ist, bei denen sie ist immer so Da laufen ja Sind das Hasen? Ich glaub' Ich mein' das wären Hasen Da rennen Hasen rum Und die machen Zombie-Geräusche Aber du läufst ja nachts irgendwo da so lang Und dann hörst du Zombie-Geräusche Ja, genau, genau, ja Panne, ey So, irgendwo war hier mein Lagerfeuer Ich glaub' da rechts Irgendwo hier so Ähm, das müsste aber inzwischen Von alleine geht das ja nicht weg, oder? Nein Müsst ihr irgendwo hier liegen? Hier eventuell irgendwo Da oder so Ich weiß nicht, irgendwo muss das hier liegen? Ich mein' ich könnte jetzt auch einfach ganz einfach Da, ich hab's glaub' ich Ich meinte ja ein Furnace Achso, ne, das hab' ich nicht gemacht Nur da war, das Problem ist, ich brauch' die scheiß Feuerstelle Weil da ich da locker zwölf Essen oder so reingetan hab' Weißt du was? Nein Bauen wir uns jetzt hier in der Bude Hier? Jo Okay Einfach Ich würd' ganz gerne aber mein Dings finden Weil da war ich Ja, mein' Lagerfeuerstelle scheiße Weil da war voll viel Essen drin, jetzt mal ernsthaft Okay, das Problem Obwohl, da kann ja keiner dran Das heißt, dann könnten wir theoretisch sogar per Suchen Immer um hemmlichen Tage Ach, das dauert viel zu lang Mein Gott, wo ist denn jetzt mein scheiß Tag? Alter, ich hab grad mit einem Schlag zwölf Steinen gekriegt, man Mega nice Weil es sind hier mega viele Ressourcen Ja, das stimmt Das Problem ist, ich find' mein scheiß Ding nicht mehr Äh Vergessen mal meine Tür zuzumachen, aber egal, hier ist grad eh kein Mensch Wie liegt das doch? Wo denn? Wo bist du denn jetzt? Wirst du denn jetzt hin? Das liegt in der Nähe vom Wald Ja, doch, ja zum Wald hin, ne? Genau Das sind noch vier Da ist kein Holz mehr drin Ja, ist mir egal, da ist aber Essen drin, oder nicht? Ja, vier Stück Ja, warum? Ganz gut, wie benutze ich Blueprints? Äh, Rechtsklick Study Da bist du Ach, da bist du, ach so, hab er mir gelegt und wo ist das Ding? Ja, hier unten Ach da Ja Alles klar You can, äh, Flashlighten Mod Okay, das heißt, ich kann jetzt eine Taschenlampe machen, oder was? Äh, ne, das ist ein Aufsatz für eine Waffe Ah, okay, alles klar Ja, geil, die hab ich auch Tun wir da mal was rein, so, machen wir da mal ein bisschen was zu essen rein Ah, mein Wacken Okay, ich hab jetzt erstmal genug zu essen, aber mal richtig genug Ich würd mir ganz gerne ein paar Badagen neue machen Ein Klos, ah, Klos hab ich genug, wunderbar Aber wir machen uns ja eh jetzt hier eine Hütte, oder nicht? Oh ja Heißt, dann könnte ich ja warten, dann mach ich mir gleich eine Workbench, geht alles schneller, ne? Ey, mal eine Frage, mal eine Frage Wenn man mal einen Wolf, einen roten Wolf pullt und da stehen noch 10 andere drauf rum, kommen die dann auch? Äh, nein Okay Das war auch, wollte ich grad sagen, das wäre eigentlich auf meine Frage gewesen Das heißt, dann kommt nur wirklich der, den man angeschossen hat Richtig Okay, das ist gut Das werde ich mir jetzt nicht antun Gut, dann hole ich da mal den Bär raus und hoffe das nicht, die sollten wir sehen So überhaupt mäßig ist Ne, 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 ich bin schon dabei Was denn? Oder? Ich hab uns jetzt erstmal hier ein schönes Ding Das ist ne Workbench, ne? Sicher richtig Richtig 29 Wie sieht das denn aus mit nem Rucksack oder so? Äh, gibt's nicht Heilscheiße Ja, okay, ich mein, ich hab ja so gesehen einen auf, weil da passt ja schon viel rein in dem Inventar, sag ich mal jetzt Ja, ja Ja, ja Ähm, okay, ich mach jetzt erstmal schnell was So, was sieht denn jetzt aus mit ner Hütte mäßig? Ach so, schöne Schuhe Schön, ne? Fall mir Geht aus, als hättest du so zwei Plastiksäcke um deine Schuhe, um deine Schuhe Ich kann meine Schuhe leider nicht sehen Ärgerlich Außer halt auch Ich kann meine Schuhe nicht sehen Hehehe 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 Bandagen mach ich, Essen hab ich eigentlich auch genug Und zwar nicht Holz, Alter, das gibt's gar nicht Boah, ich hab grad mega Angst Warum? Jetzt hier jemand vorbeikommt Ach, Quatsch Name Sergeant Dann meint Ja, ja, obwohl der hat schon lange nicht mehr, warte, ich, wie ist ja nochmal, Mösen, Mösen lecker, ne? Ja, komm, lass es, lass es einfach Wir wollen dich nicht heraushalten Ja, wir wollen mal fragen, ob der noch da ist Er versteht wahrscheinlich kein Deutsch, oder? Ja, Mösen lecker, doch, doch, da hätt der von Deutsch geschrieben Ach so, ja, okay, stimmt, ja, da hätt man drauf kommen können Ja, Mösen lecker Deutsch, hm? Ja, ja, das war die Logik Ja, fällt dann nachher was auf Also Karko auch immer rausnehmen, ne? Äh, ja Alles klar, gut Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Spitzhacke und eben, äh, Acht? Also, äh, also wo ist der Unterschied, außer dass Spitz vergelangsamer ist? Bring die näher Dass du mit Spitzhacke direkt alles abbaust Ah, okay, nice Vor allen Dingen, wenn's ums Holz geht, ne, um die Steine geht So, warte Ich mag ihn nicht, den Mösen lecker So, jetzt baust du hier irgendwas krasse, sagst du? Ja, hier ist ganz blöd Ja, weil der hier so unnehm ist, ne? Genau Ach, ich, der, äh, ne? Ingenieur Ja Kannst du die Workbench, kannst du denn hier Workbench wieder abnehmen und so wegbauen? Nein, ist nicht so gut Ist egal, ist nicht wichtig Ich hab Bohnen gefunden, Leute So, das ist erstmal unser Grundriss Warte, ich, ich ledige mal den Hirsch Hier kommen jetzt noch so coole Wände dran Bam, Junge Boah Junge, du brauchst mich grad nicht rachen Voll in den Arm aus, Alter Äh, hast du Holz? Ob ich Holz hab? Ich hab so viel Holz, da glaubst du gar nicht Mehr als 100? Ja Okay Gib mir alles, gib mir all dein Holz Na, ich will kaufen Nein, ich crafte Nein, ich, ja, ich mach jetzt, ich, was soll ich machen? Ähm, warte, lass ich mal kurz rechnen Also Wände würde ich sagen, oder nicht? Ja, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ich hab insgesamt 280 Holz Warte, stopp, 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 stopp 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Noch 2 Wände Die heißen? Die sind ganz unten, das sind Wood Wall Kosten 4 Wood Planks Das mal 2 sind 8 Das sind 80 Holz Ja, 80 Holz, 8 Stück 8 Wood Planks, sagst du?